Wir brauchen niemanden, wir schaffen das alles alleine. Wir schaffen das auch zu zweit. Genau. Ha, sogar meine schöne Oase finde ich wieder. Willst du sie mir zeigen? Ach, ist das schön. Wirst du aber nicht. Nein, nein, bleib du mal mit Nether da. Hallo. Ja, toll. Ich habe meine Oase. Zusammen mit Spinny. Da kümmert man sich einmal kurz um eine andere Frau. Nur so freundschaftlich. Spinny, der nette Spinnenmann. Der Spider-Man. Wo ist er denn? Ich meine, das war eine Werkbank. Eine Werkbank. Bank of Scotland ist das. Sehr gut. So, so, so. Ich mag die Bank of Scotland. Kennen sie ja nicht, ich war noch nie da. Ich schon. Bam. Ich habe sogar schon ein Konto bei der Bank of Scotland. Das hatte ich auch noch nie. Wieso hast du ein Konto bei der Bank of Scotland? Tja. Oh Gott. Oh Gott. Wir spinnen nicht. Wir sind immer so. Nee, Spinne ist hier oben. Warte. Ah, Pferde gibt es hier. Wunderschön. Wie sieht das aus? Meine Oase ist die beste. Mamas Oase ist aber noch die beste, ja? So. Plop. Okay. Da ist ein Huhn noch dabei gekommen. Das muss ich sofort in die Wand klatschen. What? Äh, hoch? Wollte ich nur mal gerade sagen. Oh, kein Glück mit den Scheifeiern, ey. Die, äh, wir überziehen gerade. Grandios. Oh, dann schneiden wir einfach irgendwo. Ohne Abkündigung und Ankündigung. Abkündigung hältst du so gut an, ey. Richtig. Was machen diese Löcher eigentlich hier? Ja. Alter, kannst du, siehst du gerade meinen Screen oder was? Hä? Das ist gruselig. Wieso? Weil ich gerade in ein Loch geguckt habe. Ach so, nein, ich meinte jetzt nur die Creeperdöscher hier. Ach so. Ich stoppe sie jetzt noch ein bisschen, wenn wir noch Erde haben. Ja, noch Erde. Juhu. Yippie. Ja, hoch. Erde. 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 In Erde, Erde. Erde. Was? Erde. Let my people go. Oder so. Das war Moses, nicht Erde. Ja, ich weiß. Nee, der Pharao war das. Verdammt. So, es sieht schon wieder viel schöner auf, wenn er noch Gras sacken würde, zumindest. Dann schauen wir mal, wo andere sich rumtreibt. Das ist immer dabei wahrscheinlich. Nee, besser nicht, du verläufst dich nur. Das könnte doch schon passieren, ja. Vielleicht sollte ich wirklich mal zurückgehen. Ich hätte mir ein Brot mitnehmen sollen. Ich dummdeb. I'm such a dummdeb. Dummdeb. I'm a motherfucking dummdeb. Nee, 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 nee. I'm a motherfucking dummdeb. Nee, 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 dummdeb. I'm a motherfucking dummdeb. Das neue Lied von Die Antwort. Yeah, motherfucking dummdeb. I'm a rich bitch. Hallo. I'm a motherfucking dummdeb. Ach, sehr schön. Waaah. Okay, ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Ist das das Loch? Es wird gerade dunkel. Ist das Loch? Ja. Wessen Loch redest du jetzt? Du schon wieder. Wir sind doch in der neuen Folge. Ach so. Das ist eine sehr jugendfreie Serie. Hallo, das hast du mir schon wieder gedacht jetzt. Also wirklich nicht. Ich rede hier von den Löchern, die am Boden sind und du denkst wieder an irgendwelche anderen Löcher. Ach Quatsch. Das stimmt überhaupt nicht. Das warst du doch. Nein, du. Du hast angefangen mit den Löchern. Immer kann man mehr wie du. Aber du hast zuerst gesagt. Aber Huhn war schuld. Eigentlich. Ja, ey, der Huhn, der nervt mich sowieso so, Tam. Wir sollten den abschlachten oder so. Nein. Der hat neulich, hat er hinter deinem Rücken gesagt, dass du doof bist. Huhn. Stimmt das? Wo meine ich? Huhn. Ich habe ein Messer in der Hand. Er hat ein Schöner in der Hand. War das? Ist das der Wahrheit? Wenn du ihn fragst, dann sagt er so, nee, war ich nicht. Habe ich nicht gemacht? Er hat den Kopf geschüttelt. Aber ich war dabei, als er gesagt hat. Huhn. Ich schwöre, ne? Ich schwöre bei Tod. Okay, dafür musst du für immer da drin Huhn. Nein, du kannst aus der Tür rausgucken, so wie du willst. Du weißt, da ist für immer drin Huhn. Ach, ich habe auch das Schild abgemacht. Na, hab ich nicht mehr hier. Verdammt. Sehr gut. Jetzt guckt Huhn aber ganz schön dämlich. Tja, hat er nicht damit gerechnet, mit unseren Sangeskünsten. Ihhh, Spinnel, Spinnel. Ihhh, ich hör dich, ich hör dich. Aber ich seh dich nicht. Du kannst mir nichts tun, solange ich dich nicht sehe. Ich bleib jetzt einfach im Wasser. So, jetzt hat Huhn... Das sieht irgendwie... Aua! Was ist mit dem Mikro da schon? Äh, was macht mit dem Mikro? Was ist mit dem Mikro mit der Hand? Jetzt hat Huhn wieder ein neues Hausschild bekommen. Ach, Creeper. Spinne. Waa, ich geh unter. Wo bist du eigentlich? Lass mal schlafen gehen. Ich sterbe. Wieso schwimmt sie denn schneller als ich? Blöde Mistspinner. Ja, wir haben irgendwo einen Enderman, damit man das Ausgleich machen kann. Enderman, wo bist du? Ich will das Ausgleich machen. Wo schon. Unsere Sprache nimmt ab. Ja. Ein bisschen. Unsere Sprachfähigkeit ist sehr begrenzt. Hey, yo, Spinne, was geht ab? Ich esse jetzt dieses Take. Das Take? Lass das Take doch nicht einfach so essen. Doch. Es wird nie wieder eine Folge geben von Minecraft. Fickspinne, ey. Aua. Ach, da ist ja der Herz wieder aus dem Wasser rausgekommt. Aha. Greifst du einfach meinen Mitspieler an? Hast du jetzt hart überlegt, was du sagen sollst, ne? La, 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 la. Oh mein Gott. Sie haben eine Armee aufgestellt. Die wollen uns nicht alle töten. Ach, jetzt tut's wieder so. Dann essen wir noch eine Sonnenkugel. Ich hoffe, du liegst im Bett. Ja, Gott sei Dank. Jetzt schaue ich mal eben auf die Uhr. Na, da ist noch ein bisschen Zeit. Oh. Ins Wasser. Los ins Wasser. So in fünf Zombies. Und zum Schleimen. Alter, was ist denn hier los, ey? Ja, eben auch schon. Was ist denn hier los? So. Zombie Apokalypse. Wir sehen hier Lai, die Zombie Apokalypse, im See. Im See. Er hat Eisen gedroppt. Cool. Nice. Der ist nett. Ich hätte ihn nicht am Leben lassen, wenn er hätte es mehr Eisen geben können. Jetzt wie Brann so was her hat. Alter, ich hab so ein Schleim im Ohr. Hast du ein Schleim im Ohr? Ich sollte mir aber wieder die Ohren waschen. Ja, hörte ich auch. Ihh, ist der laut. Wo ist denn der? Wo kam hier aus dem Creeper her? Wir sollten mehr schlafen danach, damit weniger Mops entstehen können. Ach, hast du gerade den Schleim da erledigt? Nein, ich bin in einem Creeper gerade dran. Charonimo! Sehr schön. Hä? Kann ich nicht mehr tragen, das habe ich zu fassen. Aber warum hat der Schleim sich jetzt aufgelöst? Ach, vielleicht ist der untergegangen, kann das sein? Ertrunken? Das kann sein, ja. Ja, der Schleim ist ertrunken. Oh, wie schade. Oh, das hat sich ehrlich gesagt. Nee, bin ich wirklich. Weil ich ja früher ein Riesenfan von Slimer war, deswegen tut es mir doch ein bisschen leid. Das ist unsere neue Musik für unser Let's Play. Nein, lieber nicht. Ja, wollte ich nämlich auch sagen. Boah, jetzt ist aber Zeit hier, ey. Entschuldigung, die klang total traurig. Ja. Ich bin jetzt auch traurig, so. Ja, wie sie selber, ne? Ach, ich dachte, du hättest gerade das Fenster zugebaut. Aber das war schon immer zugebaut. Komm hier nicht mehr raus. Scheiße. Und ich krieg noch nicht mal was davon mit. So. Jetzt ist das Nether-Portal erstmal vorerst gesichert, dass ich weiß, wie ich den Doppelschalter mache. Das werde ich mir dann mal in einer ruhigen Minute auf meinem Single-Server überlegen. Wir müssen Werbung machen. Genau, das stimmt. Wir müssen Werbung machen für den Single-Server. Ja, und da habe ich mir das auf diesem Single-Server mal überlegen muss, werde ich jetzt erstmal an Huhns Haus weiterbauen. Huhn, pass mal auf. Du kannst so viele Eier hier, du kannst scheißen vor die Tür, wie du willst. Du kommst nicht mehr raus. Das hier ist dein Haus. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt. Für immer. So. Auch die... ...stack auf der Fress. Also du weißt schon, was ich sagen will. Auf die Plätze fertig los. Genau, so ist mein Wort. Also es ist ja halt alles schon recht klar, was ich sagen will. Ja, also weil ich habe halt Ahnung. So. Und vor allem habe ich keinen Kies dabei. Ey, du hast so die Ahnung. Du hast so einen Peil, Mann. Bist auch du Single in Minecraft? Komme jetzt auf den Minecraft-Single-Server. Natürlich dürft ihr auch Single in echt sein. Eigentlich müsst ihr auch Single in echt sein. Nein, ihr müsst sogar Single in echt sein. Ja, genau. Nein. Nein, bleib da drin. Das war knapp. Was machst du mit meinen Hühnern? Wieso sind das deine Hühner? Das sind unsere Hühner. Ich dachte, dir gehört Huhn und mir gehört die Hühner. Ach so. Dann würde ich aber jetzt auch in meine Eier in deinen Hühner-Ehen zu schmeißen. Luke, wir hatten doch was ausgemacht mit den jugendfreien Inhalt. Ja, ich weiß. Das war ja voll jugendfrei, bis ich angefangen habe, darüber zu lachen. Genau, nur das Lachen ist, macht das Ganze nicht mehr jugendfrei. So ist es. Ja, ja, ja. So ist das. Ja, ja, ja. So, dann wächst schon wieder... Nein, ich mache hier immer die neue Ernte kaputt. Aber wir wissen ja, auch Kartoffeln aus der neuen Ernte werden gerne gegessen. Das ist ja so ein Schleich, aber für ein... Hä? Sag mal, hast du hier Stroh angepflanzt? Ich? Ja. Ja. Stimmt. Ach. Ach du je. Ich dachte, da war es Platz. Da fand es nur was an, weil ich noch was hatte. War das falsch? Mitten ins Kartoffelfeld. Oh, verdammt. Ups. Äh, ich hatte keine Freunde. Das warst du wohl gewesen. Ich weiß nicht, was du tust. Also wirklich. Ja, ja, ich vergesse immer, was ich mache, genau. Genau so ist es. So, ich glaube, ich werde mal ein Feld anlegen. Oh, ich lasse mich lassen auf meinen Rücken knarren. Ach, so. Och, da ist ja schon ein Feld. Äh, rohes Hühnchen, lecker. Wieso denn roh? Weiß ich eben. Habst du eben geschlachtet. Bloß auch in den Ofen, Mann. Ja, Frau. Reden wir uns jetzt schon wie bei Geissens immer nur mit, äh, Geschlecht an. Wie mir ist doof. Das ist wirklich doof. Find ich nicht gut. Mann, Frau. Mann, Frau. Sehr gut. Überhaupt eine Gäste, mich halt jemanden anzusprechen. Genau. Mann, Frau. Junge, alter. Alter, digger. Alter, digger, Mann. Alter, digger, Mann, Frau. Was geht denn ab, ey? Natürlich will ich damit jetzt nicht sagen, dass Anne dick ist. Das würde ich niemals machen. Das wäre sehr gemeint von dir auch. Eben. Deswegen mache ich das. Ich bin ja ein Gentleman. Du bist Gentleman? Ich bin ja immer nett und lieb und so. Kannst du bestätigen, ne? Ach, Scheiße. Das hat mir jetzt schon so lange gedauert. Ich glaube, was du jetzt sagst. Glaubst du eh nicht mehr. Ja, das kann ich dir selbstverständlich bestätigen, lieber Luke. Oh Mann, ey. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Alter. Alter, digger. Alter, digger. Wow, Mann. Vetter ist auch gut. Mein Vetter. Mein Vetter dritten Grad ist. Könnt ihr jetzt, bist du damit einverstanden, dass ich drei Eisenblecke verbrauche? Ja. Wenn du wüsstest, wie viel ich schon verbraucht habe. Oh, okay. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Was wollte ich denn jetzt machen? Wollte üben. Man wollte es nicht. Man wollte es nicht. Und lachen. Banane gegen Unabhängigkeitserklärung. Hier ist wieder die Banane. So, wie nennen wir dich denn der Handelsschild? Huhn. Huhn. So, fünf Erfahrungskostenpunkte. Fünf. Warum? Darum. Ganz schön viel. Einmal hat er so viel überhaupt ab. Ich mach mir jetzt ein Boot. Du machst ja ein Boot. Willst du abhauen? Hm. Ähm, nein. Natürlich nicht. Was hab ich denn getan? Du kannst nichts dafür. Ich möchte die Welt erkunden. Es liegt an mir. Okay. Komm her, Huhn. Huhn. So. Huhn. So, jetzt brauch ich einen Steg. Leg mehr Eier, Huhn. Wir müssen einer mehr aufstellen, weil ich keine Eier oder keine, weil die Hühner dahinter nicht mehr gehören. Deswegen. Du hast keine Eier? Das hab ich damit nicht gesagt. Du musst differenzieren. Lernen. Denn differenzieren ist eine wichtige mathematische Technik, die, oder Tugend von mir aus auch, die oft angewendet wird, um zum Beispiel, nein, eigentlich, nee, wie hat man mal ein Physiker an der Uni gesagt, wenn der Physiker nicht mehr weiter weiß, dann differenziert er, also dann leidet er einfach ab. Sehr gut. Also wenn ihr noch nicht weiter willst in eurem Leben, einfach die Ableitung machen und dann geht das schon wieder. Dann habt ihr vielleicht eine Lösung. Wenn es dann immer noch nicht klappt, dann macht ihr einfach noch eine Ableitung. Bis es funktioniert irgendwann. Ich mag keine Ableitung. Nicht? Warum nicht? Nein. Ich hasse Physik. Achso, ist ja auch Mathe eigentlich. Wird nur in der Physik angewendet. Oder? Kann man was so sagen? Weiß ich gar nicht. Das funktioniert ja super hier. Kann man eigentlich... Kann man Boote eigentlich auch festmachen? So wie Pferde? An Land? Ja, also an den Zaun. Das wäre ja geil. Ich bin's. Ja. Frau. Wie geht... Wie bitte? Kritik? Kritik? Mystik? Mastik, meine ich natürlich. Was redest du da? Ich bin nicht Mystik. An X-Women. Achso. Ich wusste den Namen... Ich meine natürlich Mastik. Weißt du, wie so ein Ding geht? Was? Ein Boot? Nein, kein Boot. So eine... So ein... Ja, wie heißt es denn? Ja, wie heißt es denn? Also... Womit du Pferd festmachen kannst. An... 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 An Zaun. Ich glaube, du musst doch einfach nur... Aber es ist sowieso gleich wieder dunkel. Irgendwas mit Fäden. Ich habe schon probiert mit Fäden, aber es ging nicht. Moment, dann komme ich mal zurück. Ich habe schon probiert, aber... Probier einfach selber mal. Hui. Nee, das geht nicht. Mama. Nee, das geht nicht. Oh. Mir fällt nichts mehr ein. Und dann hier Fäden. Haben Sie Fäden? Ja, hier in meiner Kiste. Meiner Kiste, ey. Oh, die Kistentrennung hier. Die steht an meinem Kopfende. Das ist ja wohl mein Nachttisch. Das ist ein sinnloses Rumproblem, was ich gerade mache. Das konnten die Leute auch gerade schon auf meinem Channel beobachten. Wahrscheinlich nicht so sinnlos wie bei mir gerade. Naja. Oh, Entschuldigung. Ich habe beim Essen die Tür aufgemacht. Braucht man natürlich noch was anderes? Ich würde sehen, ich war da. Wahrscheinlich schon. Also, ich lasse euch nachkommen. Ich würde sagen, wir legen und schlafen. Ja, das ist das. Und beenden damit diese tolle Folge. Okay. Hey. Diese vollkommen jugendfreie Folge. Korrekt. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ich versuche. Ich versuche. Vielen Dank.